Hallo zusammen, da sind wir wieder in Ronos, Before the Ashes. Ich bin hier geblieben, nicht zurückgereist. Es könnte so sein, wenn man sich das genau betrachtet, mit diesen ganzen Götzen. Die Paaren, die die Wildstützen, die wilden Stützer. Dass es hier also fettig ist. Oder auch nicht. Ja, gut, bringt mir nix. Ich... Das ist die Königin, oder was? Hey, monumentale. Okay, mal reden wir wieder. Vielleicht ist sie bereit. Nicht bereit. Die lassen nicht mich sichern. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Holdout geblockt. Konnte soll. Ach, du, mach nix. Ja, wenn der aber am Schlage ist, wird... Und wir haben noch eine Chance. So flink, wie sie auch sein mögen. Ach, du Arschloch. Bleib doch stehen. Er ist zurückgesprungen. Er ist zurückgesprungen. Okay. Und mehr Leben noch. Ja, das ist gar nicht die Königin. Kann das auch. Oh, das sieht übel aus jetzt. Ich hab nix zu trinken mehr. Und die macht da gong' schönes Setzer. Weg. Weg. Was ist denn das, was die da macht? Was ist? Die Kompfart, oder was? Oh, und warte mal wieder zwei Phase. Jo. Doch, haben die Lebensbalge, ja? Oh, ich hab nix zu trinken. das ist jetzt übel freunde jetzt kann ich da vorne von dem scheiß stein wieder da neulatschen aber ok mache ich was du ich noch anders mache selbst wenn es der sagt als er ist es gibt hier irgendwas denke ich mal vielleicht ist die waffe zu lang so aber die am stärksten wir probieren es noch mal kommt das hat ja kein sinn vielleicht haben wir jetzt aber wenigstens wieder ein paar herzen erst die zweite aber wenn sie noch als wir die fahr soll dann ist der teil los um rona dann brauchst du ein wurfmesser dass er ihnen was lustig nicht verwirren genau der blockt ja 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 Die haben dich in die Zange genommen. Das ist die Chance hier, oder? Okay, sie kommen schon. Die rote Witwe. Was machen die da überhaupt? Das reicht nur für einen Schlag mit der Mama. Das reicht nur. Was so Künstler wäre, wenn das ich jetzt nicht... Weg, 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 weg. Die bist du weit? Weg. 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 Warte einen Moment, jetzt werde ich fahren, oder? Sehen wir alles aus. Ich muss aber auch 30 mal draufkloppen, das Ding. Okay, dann bleib mal bei AIM. Bleib mal bei AIM-Schlag. Au! Oh, 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 oh. Geh lieber links, holen wir das auf. Die Waffe ist zu langsam. Ich kann auch blocken, ja. Wo wollen die jetzt wieder die Faser? Das sehe ich alle aus, ja. Oh. 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 No, ho, mo. No, ho, mo. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Hm? Oh, let us wait. Gibt's das? Die blockt das jetzt eh, das muss weg, ja. Oh, jetzt bloß nicht aufstehen wieder. Ein Gegenstand, der offentlich für Zeremonien und Rituale gedacht ist, ein Blick leidet über die langen Linien des Stabs hin zu den riesigen, tieforangen Juwelen am Kopfstück. Och, gut, Gott sei Dank, jetzt wird die Phase, das wird ich jetzt... Puh! Ach, du Scheiße, was ist denn das jetzt für ein Start? Der... Hä? Zipter der Paarenkönigin. Für Zeremonien und Rituale. Sein Wert scheint unermesslich. Könnte man kombinieren, aber mit was? Was ist denn die Labyrinthruhne? Das da? Warte mal, probieren wir mal aus. Labyrinthruhne. Gut, dann lassen wir das halt. Fertig. Das ist nur noch was irgendwo. Nix, ne? Aber... Wir scheuen nicht hier durch zu sein. Nein, wir sind hier nicht durch. Okay. Oh hoh. Oh! Uh oh. Uh oh. Da steht nicht mehr auf. Vorläufen. Halt jetzt genau umgucken. Ich weiß nicht ob er da noch einmal zurück müsste, zurück dürfen, zurück können. Jetzt kommt da einer noch mit. Oh, ist denn das? Weg ist da. Ah! Die Göttin persönlich. Jetzt vorsichtig. Sie ist noch zum Leben erwacht. Ah! Okay. Ist da irgendwas zum aktivieren? Die Göttin der Nacht. Screenshot. Hopp. Screenshot. Aha. 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 Gucken wir mal. Ein Bild. Ein Gemälde. Noch mehr Krieger. Jetzt warte mal. Habe ich schon was für die neue? Das guck man bekommt vor, ne? Das war das, was ich da habe. Ne? Nein. Ne. Ne. Scheinbar habe ich noch nichts. Machst du was dabei? Das könnte das sein. Oder muss ich was kombinieren wieder? Oh. Gut. Dann gehen wir erstmal gucken. Und wieder gebacht. Oh. 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 du hast du blödes arschen da habe ich dich aus der fassung gebraucht die hammerlidle war das ja das muss erinnern dann war ich aus es ist halt scheiße und der trupp kloppen muss wie so ein holz kopf das war nicht nötig okay ich mache einen cut ausweichen und rennen also als rennen rennen ist anders da wo sieht man jetzt okay erst mal ein cut wir sehen uns wieder wenn sie es los los das a hier juhu machte gut bis dann